Hallo? Wo ist denn jetzt? Ist die Kamera? Wie bitte? Neukölln. Alter, wie geil ist das denn? Hallo? Können wir starten bitte? Wir haben hier ewig Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur VfB-Presse-Promperenz aus dem Trainingslager hier in Neukirchen. Ah ne, stopp, wir sind ja schon wieder zurück in Stuttgart. Leider waren wir nicht mal drei Tage in den österreichischen Bergen, besser gesagt in den Neukirchen Natal und uns haben heftige Regenfälle einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unser Trainingsplatz war danach leider für Tage unbespielbar. Wirklich schade. Die Unterkunft im Neukirchen Natal war nämlich ausgezeichnet und ich habe dort ein Apartment mit Pascal, Luca und Chris geteilt und würde sagen, dass der Unordentlichste von uns definitiv Pascal ist. Macht aber nichts, dafür kann er ja gut aufräumen. Auf der Rückreise haben wir dann noch einen Stopp in München eingelegt. Nein, nicht zum Essen und Trinken im wohl berühmtesten Wirtshaus der Welt, dem, ähm, ich weiß nicht, Hochbauhaus, sondern wir haben beim Trainingsgelände auf dem FC Bayern Campus trainiert. Wirklich eine sehr nette Geste von unseren Nachbarn aus dem Süden, dass wir dort einen Zwischenstopp einlegen konnten und die Anlage nutzen durften. Und das, obwohl wir ihnen in den letzten beiden Spielen in der Allianz Arena jeweils einen Punkt abgeluchst haben. Beim nächsten Spiel übrigens auch, das ist fest eingeplant. Aber jetzt genug über München geredet. Der erste Trainingstag nach unserer Rückkehr in Cannstatt hatte es gestern direkt in sich. Zum Glück gab es direkt eine Geburtstagstorte für Waldi, der diese Woche seinen 27. Geburtstag gefeiert hat. Da habe ich mich sehr über ein Stück vom Käsekuchen gefreut. Wobei ich die Kuchenspezialität aus dem Baden-Württemberg namens, ähm, da habt ihr mich, ha, Streuselkuchen auch nicht schlecht gefunden hätte. Naja, schade, Banane. Am nächsten Samstag geht schon unser nächstes Vorbereitungsspiel gegen Vitesse Arnhem auf den Plan. Einer von uns, der den Verein bestens bekannt ist, unsere Nummer 44, Mo Sanko, war dort dann letztes Jahr ausgeliehen und hat für den niederländischen Verein 21 Spiele in der Liga gemacht. Die höchste Spielklasse nennt man dort übrigens Eredivise. Falls ihr es noch nicht wusstet, wir hoffen natürlich, dass Mo am Samstag keine Rücksicht nimmt und, sagen wir, mindestens drei Buden gegen seinen Ex-Kollegen macht. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Servus und sage bis bald zur nächsten VfB-Presse prompt Terenz. In diesem Sinne, grüßt die Inge.